so jetzt aber hier hier vorwärts perfekt passt ok brauche ich jetzt weite lampe die nächste frage wahrscheinlich schon aber heute zur forschung und entwicklung und jetzt sagst einfach hoch du liegt was auf der treppe das kann ich nicht wegschieben und deswegen nö hier brauche auf alle fälle licht hier eingang zum forschung und entwicklung hier hier so hier was passiert hier ok zwei plattformen eine hat licht hier 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 kommen wir nirgends mehr hin hier 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 das offensichtliche hier die plattform drücken Seit Na Stell dich nicht so dumm an Okay 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 Echt jetzt. Okay, die Frage ist ja, wie komme ich auf die Plattform? Es geht, glaube ich, nur von drüben. Oder kann ich hier den Knopf drücken und die Plattform? Nein. Das wird vielleicht funktionieren, aber... So, so, und... So, Und zwar auch hier. Was mehr? Was mehr? Was mehr? Was mehr? so müsste das schon er ist halt immer so so warum so viel stress machen so auch geht hier haben wir ja das licht von drüben ja so einfach kann sein schon habe ich hier hinten die lampe und kann da drauf dachte ich ok muss wahrscheinlich hier hin die fahren immer ein so rum die fahren immer so rum ja 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 ja